Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Wir spielen gleich für gleich. Der Fußball ist auf dem Boden. Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! Das ist deshalb nicht der Federung. Ihr Técnico ist schrecklich. Ihr Técnico ist schrecklich. Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Sie können Wir spielen, St. Wir spielen, St. Wir spielen! Wir spielen, St. . Hallo, Valerie hier. Nach dem Release von 50 Shades of Grey parodien des Films begann die Rounds. Aber wir haben noch eine Full-Lent Film Parodie. Das ist jetzt alles zu ändern, dankbar zu Marlon Weyens, der hat sich bereits erwähnt, dass er in 50 Shades of Black co-writet und starke in 50 Shades of Black ist. News von The Hollywood Reporter ist, dass Weyens wieder mit den Leuten der Haunted House-Franchise wird, auf die neue Comedy-Spoof. Der aktor hat auch die News zu seinem Instagram- mit dem Kommentar, »Check it out! Just announced my next movie, 50 Shades of Black, kommt bald!« » Production ist set zu beginnen, und »Early 2016« ist gesend. Download our Film Is Now App, available for both Android and iOS. »